Servus, ich bin's Lisa, ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus dem wunderschönen Saustal bei Irlerstor. Ursprünglich war es ja so, dass ich zur Dirndl-Königin aufgestellt war und gesundheitlich war es mir aber leider nicht möglich. Dann habe ich überlegt, wenn ich am besten als Ersatznehmer kann und dann ist mir natürlich gleich die Lisa eingefallen. Wir unterstützen natürlich sie, das ist ganz klar und ich glaube, sie hat schon das Zeug dazu, dass sie sich da so präsentiert. Ich bin in der Freiwilligen Feuerwehrshaus Tal, weil es mir in meiner Freizeit einfach Spaß macht, Leute zum Helfer. Wir von der Freiwilligen Feuerwehrshaus Tal brauchen unsere Lisa. Lisa braucht jetzt euch. Also darum bitte ich euch alle, weil es Lisa einfach als Zeug dafür hat, die Königin zu werden. Und ich kenne alle Versprecher, alle, die sie wollen, dürfen uns ein halbes Bier zahlen. Vielen Dank. Ich möchte die diesjährige Dirndl-Königin vom Giller Moos werden, weil ich das damals als Kind schon immer ganz interessant und cool gefunden habe. Ich fühle mich außerdem richtig wohl in meinem Dirndl und der Giller Moos ist eines der Highlights von meinem ganzen Jahr. Deswegen werde ich mich über Eierunterstützung am Giller Moos Montag freuen.